Meine Damen und Herren, am 27. Januar 1945, also vor 76 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz, in dem mehr als eine Million Jüdinnen und Juden ermordet wurden, von der Roten Armee befreit. Wir wollen heute an diesen Tag und an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Gleichzeitig wollen wir mit mehreren Beiträgen auch das aufgreifen, was in Schleswig-Holstein in dieser Zeit und davor passierte. Bei uns im Land gibt es fast 50 Gedenkstätten und Erinnerungsorte, die sich auf die Geschehnisse im Nationalsozialismus in der Zeit von 1933 bis 1945 beziehen. Erster Erinnerungsort von deutscher Seite nach dem Krieg war das von Gulda Trebitsch inszenierte und von Fritz Höger entworfene Mahnmal in Itzehoe, das schon im September 1946 eingeweiht wurde. Wir wollen aber auch die Frage aufgreifen, wie ist das mit dem Erinnern heute? Wie gehen Jugendliche damit um? Was erwarten wir von ihnen? Was können wir dazu beitragen, dass so etwas nie wieder geschieht? Was können wir tun, damit Antisemitismus in unserem Land keine Chance mehr hat? Gerade in diesem Jahr gibt es ein Jubiläum, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Viele Veranstaltungen können hoffentlich deutlich machen, Jüdinnen und Juden haben in Deutschland, in der Musik, der Literatur, der Malerei, der Wissenschaft und in viel mehr über die Jahrhunderte unser Land bereichert. Das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, aber noch wichtiger scheint es mir zu sein, zu sagen, jüdisches Leben, das Judentum gehört auch zu Deutschland. Zum Ablauf der Sendung, es wird mehrere Beiträge und Live-Schaltungen verteilt über das gesamte Land ganz Schleswig-Holstein geben und Gespräche hier im Studio, die wir wegen Corona nur als Einzelgespräche stattfinden lassen, und zwar mit Uta Kirby, der Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten und Erinnerungsorte in Schleswig-Holstein, Christian Mayer-Heidemann, dem Landesbeauftragten für politische Bildung, und zuerst mit unserem Landtagspräsidenten Klaus Schlie. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, der Landtag führt seit vielen Jahren an diesem Januar, an diesem 27. Januar Veranstaltungen zur Erinnerung an die Opfer der Nazi-Diktatur durch. In diesem Jahr gab es wegen Corona nur eine kurze Erinnerung mit einer Rede von Ihnen und eine Gedenkminute. Herr Schlie, was ist Ihnen in diesem Jahr besonders wichtig? Was war der Schwerpunkt Ihrer Rede? Ja, wir führen jedes Jahr solche Gedenkveranstaltungen durch. Wir bemühen uns, das auch oftmals direkt und unmittelbar vor Ort an Gedenkstätten gemeinsam, wenn es geht, mit Jugendlichen auch durchzuführen, weil uns besonders wichtig ist, auch junge Menschen, die Bevölkerung einzubinden. In diesem Jahre hätten die schrecklichen Ereignisse vom 3. Mai 1945 in der Neustädter Bucht im Zentrum des Gedenkens gestanden. Damals war es so, dass an Bord des Passagierdampfers Cap Acola und des kleineren Frachtschiffes Thielbeck von den alliierten Bombern insgesamt 7.000 Menschen getötet wurden. Die meisten der Opfer waren zuvor Häftlinge verschiedener Konzentrationslager gewesen. Noch wenige Tage vor Kriegsende, das ja an sich die Rettung dieser gequälten Menschen bedeutet hätte, weil die Alliierten sie dann befreit hätten, ist es so gewesen, dass die Bomben und die Raketen diese beiden Schiffe in der Neustädter Bucht versenkten. Und zwar wurden sie von britischen Piloten abgeschossen. Das ist bis heute hin ein ungeheuer tragischer Anlass, auch an diese Situation zurückzudenken, denn die Briten glaubten, auf den Schiffen seien letztendlich Verstecke der deutschen Kriegsmarine gewesen. Und sie dachten, dass sie die deutsche Kriegsmaschine angreifen würden und ahnten nicht und wussten nicht, dass es hilflose KZ-Häftlinge waren. Und die deutschen Bewacher, die hatten diese Verwechslung auch ganz gezielt, ganz gezielt mit Einkalkulierten herbeigeführt. Die Häftlinge hatte man in Todesmärschen aus Hamburg in Bewegung gesetzt, um die Lager nach Ankunft der Alliierten, von denen man wusste, dass sie dann kurz davor standen, so zu räumen, in der perfiden Hoffnung, dass man dort jegliche Spuren und Beweise der unmenschlichen NS-Verbrechen auch verwischen könnte. Um Vernichtung im wahrsten Sinne des Wortes, um die Ermordung der KZ-Häftlinge vor Kriegsende, ging es aber schon, als die entkräfteten Überlebenden auf diese beiden Schiffe gepfercht wurden. Ganz gezielt waren die Rettungsboote der beiden schwimmenden Gefängnisse sabotiert und die Rümpfe von der SS mit entflammbarem Treibstoff gefüllt worden. Die Tragödie von Neustadt, der Tod von Tausenden von Menschen, war von den Nazi-Schergen geplant. Es ist ein besonders tragischer und schicksalhafter Eindruck, den wir auch wieder jungen Menschen vermitteln wollen. Ich bin sehr froh darüber, dass es gerade jetzt auch aktuell seit einiger Zeit in Neustadt sehr intensive Bemühungen gibt, dort museal, aber auch in Aufarbeitung mit jungen Menschen, mit den Schulen in Neustadt, dieses Thema aufzuarbeiten und wieder in das Bewusstsein zurückzurufen. Ich bin der Auffassung, das ist heute wichtiger denn je. Gibt es etwas, in dem heute deutlich wird, dass die Lehren der Vergangenheit wirksam sind und unser aktuelles Handeln auch bestimmen aus Ihrer Sicht? Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es notwendig ist, immer wieder auch solche historischen Ereignisse als reale Tatsachen der Vergangenheit in das Bewusstsein der Menschen zurückzuholen und auch die Prinzipien, nach denen ja dann anschließend nach dieser NS-Gewaltherrschaft unser demokratischer Staat Bundesrepublik Deutschland aufgebaut wurde, mithilfe der Alliierten hier in Schleswig-Holstein, mithilfe der Briten, dass also auch diese Grundprinzipien, die sicherlich damals auch wieder erst erlernt werden mussten, die den Menschen erst einmal wieder verinnerlicht werden mussten, wie humanes Handeln, wie ethisches Handeln vorangeht, dass das auch teilweise sich heute widerspiegelt in Handlungsweisen, die wir haben. Ich will nicht die heutige Pandemie, die Corona-Krise vergleichen mit dem, was an schrecklichen Verbrechen in der NS-Zeit geschehen ist, aber ich bin schon froh und glücklich darüber, auch erleben zu können, wie beispielsweise die politisch Verantwortlichen auf Bundesebene, aber auch in den Ländern, in den Landesregierungen, in den Landesparlamenten nach ethischen Grundsätzen handeln, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft als erstes geschützt werden müssen, dass wir gucken, wie wir den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie wir ihn auch in solch einer schlimmen Situation erfüllen können durch politisches Handeln. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre, die zu ziehen ist aus dem, was wir im Nationalsozialismus erlebt haben. Herr Bundestagspräsident Schäuble hat heute im Rahmen der Veranstaltung im Deutschen Bundestag die Frage aufgeworfen, was erreichen wir mit unserer Erinnerungskultur angesichts des zunehmenden Antisemitismus? Ich finde, eine ganz wichtige Frage. Wie sehen Sie das? Die Frage ist wichtig und die Antwort darauf ist sicherlich auch nicht eindimensional. Sie ist schwierig, weil natürlich es auch in der Politik, in der Gesellschaft den Grundsatz gibt, Aktion ist gleich Reaktion. Wenn wir also etwas darstellen, etwas aus der Geschichte den Menschen vor Augen führen, kann die Reaktion darauf auch genau das Gegenteil erzeugen. Das ist sicherlich in einigen Fällen auch denkbar und möglich. Und wir erleben es ja auch in unserer Gesellschaft, dass Antisemitismus, das Hass, das Ausländerfeindlichkeit, dass all das auch wieder Rassismus vorhanden ist. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es genauso richtig und wichtig ist, über die Gedenkstätten, über das, was dort noch an der Realität vorhanden ist, was erlebbar ist von dieser Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, auch jungen Menschen einmal deutlich zu machen, weil auch das Erleben an solchen realen Orten immer noch etwas anderes ist, als es nur sozusagen theoretisch über Bücher, über Filme, über solche Präsentationen zugänglich gemacht zu bekommen. Ich war ja selber mal 18 Jahre lang Lehrer und habe auch diese Erfahrung gemacht, dass das ein ungeheuer wichtiges Erlebnis für junge Menschen ist, um sich überhaupt noch mal klar zu machen, dass das, was damals geschehen ist, ein Massenmord, ein industrialisierter Massenmord, völlig inhuman, Kaum vorstellbar, dass das auf deutschem Boden nicht viele Jahrzehnte vor uns geschehen ist. Wir erleben jetzt ja, dass bei Anti-Corona-Demonstrationen Menschen auftauchen, die offensichtlich im Geschichtsunterricht entweder gefehlt haben oder sich nicht in angemessener Weise, würde ich wenigstens das so sehen, mit unserer Geschichte auseinandergesetzt haben. Wenn da jemand mit einem Plakat kommt, ich bin mit dem Schild Corona-Jud, dann scheint auf jeden Fall dieser Person nicht bekannt, nicht klar zu sein, dass er damit auch wiederum ein Stück Antisemitismus ziemlich deutlich zum Ausdruck bringt. Was glauben Sie denn, was wir tun können, um an diese Menschen ranzukommen? Können wir das überhaupt? Ja, ich bin der Auffassung, wir dürfen es ja nicht aufgeben, wir können es nicht aufgeben. In einer demokratischen Gesellschaft, in einer humanen Gesellschaft muss es ja immer wieder eine Herausforderung sein, dass wir alle diese Elemente, die es gibt und die gerade wieder verstärkt aufkeimen, die übrigens sich auch in Teilbereichen in unseren Parlamenten leider ja wiederfinden, dass wir mit diesen Leuten nicht nur ins Gespräch kommen, sondern vor allen Dingen diejenigen davon überzeugen, dass das ein Irrweg ist, die sich nicht genau vorstellen können, was damals geschehen ist in dieser Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ich will mal ein Beispiel nennen. Und ein Kollege von mir hat mir erzählt, dass er seine beiden Söhne immerhin in der Oberstufe schleswig-holsteinischer Gymnasien gefragt hat, was verbindet ihr mit dem Begriff Juden? Und sie ihm geantwortet haben, Konzentrationslager Nationalsozialismus. Wenn es das Einzige ist, was wir mit dem Begriff Juden verbinden, dann glaube ich, müssen wir da noch viel nacharbeiten und nachholen, weil jüdisches Leben, es wird ja gerade jetzt deutlich, 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland, in Schleswig-Holstein, jüdisches Leben ungeheuer wichtig ist als kultureller, als gesamtgesellschaftlicher Komplex für die Entwicklung unseres Bundeslandes, unseres Staates, unserer Nationen. Und ich glaube, da ist viel an der Arbeit noch zu leisten. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir schalten jetzt das erste Mal live raus aus dem Studio, und zwar jetzt in die Gedenkstätte Ahrensböck, in der seit vielen Jahren eine sehr engagierte Arbeit gemacht wird. Bitteschön.